Ein Spudel. Sechs Runden im Weltall-Gewicht sind angesetzt. Seconds Out, Ring frei, Runde 1. Round 1. So, los geht's hier. Zu einem langen Boxabend. No Limit Fight Night. Tolle Ansetzungen. Alle auf Augenhöhe. Keine leichte Aufgabe hier. Dave Junior Obers gegen den erfahrenen Octavian Grati. Der hat nicht gerade einen besonders guten Kampfrekord. 45 Kämpfe, nur 8 Siege. Aber ein ganz zäher Zeitgenosse. Hat 34 Mal verloren, nur 3 Mal vorzeitig. Also den muss man erstmal beherrschen und weglegen. Aber Dave Junior Obers gab sich da gestern. Sehr optimistisch. Versucht hier gleich von Anfang an, den Kampf von der Ringwitte aus zu bestimmen. Und der Rati. Rundet ihn da. Aber greift auch mal selber an. Ursprünglich war es leider ein Dragicic geplant. An Serbe. 46 Kämpfen. Wäre mit Sicherheit der einfachere Gegner gewesen. Für Dave Junior Obers. Der musste dann kurzfristig aufsagen. Und dann sprang Octavian Grati ein. Hat schon häufig in Deutschland gekämpft. Oberstädter Rechtsauslage. Der vorsichtigste Werke. Der vorsichtigste Werke. Dave Junior Obers in Delmas auf Haiti geboren. Lebt heute Leverkusen. Rechte da von Grati. Sehr beweglich. Der Rumäne. Geboren in Schisinau in Moldawien. Lebt heute in Vasli. In Rumänien. Nummer 3 der rumänischen Rangliste in Superwältergewicht. Die Nummer 454 in der Welt. Ruhige erste Runde. Auf alle Fälle. Habe ich denke mal richtig gemacht. Von Dave Junior Obers in seiner Ecke. Bikki Moksei. Limi Lima. Und Markus Schwer. Der Cutman. Habe ich mir vorgestellt, dass er jetzt hier zur Hand zulegt. Man blickt in die Halle schon gut gefüllt. Freut mich auch hier für die Vorkämpfer, die ja oftmals vor leeren Sitzende antreten müssen. Aber hier ist schon einiges los in Leverkusen. Die Halle ist ausverkauft für heute Abend. Also der Rest kommt noch. Über 2000 Zuschauer. Beide hier mit guter Beinarbeit. Müsste vielleicht ein bisschen häufiger die Führungshand einsetzen. Der Obers, die nicht nur schieben, sondern auch mal schlagen. Ja, der ist hier ungefährlich. Wieder die rechte von Grazi auf der Innenbahn durchgekommen. Ja, der ist hier mit guter Bein. Kassim Kuranac. Jetzt der Ringrichter. Noch neu beim BDB. Heute gleich häufiger im Einsatz. Werden wir noch sehen. Er muss versuchen, der Oberste in die richtige Distanz zu kommen. So, gestolpert. Faire Geste von Grazi. Ganz sympathische Borsche. Und keiner, der zu den Kämpfen kommt, sich da ganz schnell hinzulegen, sondern den muss man richtig beackern. Naja, war alles Deckung. Die ganz großen gefährlichen Aktionen, die sind von Dave Junior Obers noch nicht ausgegangen. Zweite Runde rum, war ziemlich ausgeglichen hier. Mittlerweile 28 Jahre alt, Obers. So, ganz 2022 mit seiner Profikarriere. Siege über Amit Ibic aus Bosnien-Herzegowina. Und Shailan Pieke, Kater Pieke, aus China. So, da war der Stolperer. Und sofort die Hilfe der von Grazi. Im Beruf ist der Maschinenführer. 15 Amateurkämpfe hat Obers bestritten. War einmal Mittelrheinmeister. In der Ecke von Octavia Grazi. Ivan Ivan. 33 Jahre alt, der gute. Profis seit 2015. Ja, muss ich ein bisschen mehr Druck machen, Obers. Freak! Die Rechte muss er aufpassen. Lässt er häufig seine Linke hängen. Und dann der fahrende Mann wie der Grazi, der sieht das und knallt da einfach mal bohrlos rein. Ja, mal eine Kombination von Obers Körper und der Versuch beim Auferzeigen da zum Kopf zu kommen, aber kurz angesetzt. Also die richtige Distanz ist noch ein bisschen sein Problem. Gut. Aber Deckung steht auch bei Grazi. Und das ist jetzt. In die dritten. Gut. Der macht zwar mehr für den Kampf, der Opas, aber die klaren Treffer auch in der Runde jetzt. Anwandfrei beim Rumän. Alles auf der Deckung. Und die rechte wieder. Der hüpft da rum wie so ein Flummi, der gerade wie schwer zu treffen. Jetzt steht da mal ein Ringseil, das muss er jetzt ausnutzen. Weg ist er wieder. Linke nochmal. Also die Runde kann man durchaus Grazi geben. Er muss ein bisschen mutiger zu Werke gehen, der Dave Obas. Seine erste Niederlage erlitt Octavian Grazi übrigens gegen Thomas Pichirio aus Köln. 2018 verlor auch gegen Haro Mathe-Vosjan. Und 2019 knappe Niederlage gegen Bojan Andacic, dem ehemaligen Kickbox-Weltmeister aus Nürnberg. Alle nach Punkten. Alle nach Punkten. In Deutschland Niederlagen unter anderem auch gegen Seeberg. Wirro Jan aus Hamburg, Freddy Kiewit. Buja Tahiri und hier haben steht Noris Tani. Vierte Runde. Auf sechs ist das Ganze angesetzt. Der muss jetzt auch mal ein bisschen was einfallen lassen, der Dave Junior. Oh, was gut trainiert ist er, ja? Ein bisschen viel Vaseline auf dem Handschuh. Bitteschön, weiter geht's. Also bislang eine ganz knappe Kiste hier. Der war wieder zögerlich, der hätte aber nach vorne gehen müssen und die Linke bringen. Der steht jetzt zu weit weg von Grazi. Ja, wenn hier oben besiegt bleiben, der Dave Obas. Einen dritten Sieg einfahren, dem Octavio Grazi ist es nicht egal, ob er gewinnt hat oder verliert, aber ob der nun 34 oder 35 Niederlagen beim Rekord hat. Spielt auch keine Rolle für ihn. Wie gesagt, kurzfristig eingesprungen. Ich glaube, der machte seine Sache hier ausgezeichnet. Immer wieder pflanzt du da deine Rechte rein. Nochmal. Also die Linke muss er nach oben nehmen, der Obers, das muss er noch lernen. Ich denke, vor Grazi auch drin. Also die Rechte sollte er auch mal vielleicht zur Deckung nach oben nehmen. Also die klaren Treffer beim Mann aus Rumänien. Ist natürlich mal ein guter Gradmesser für die junge Karriere von Obas. Irgend so einen routinierten Typen da anzutreten. Da sieht man halt noch, dass einiges fehlt. Bitte Abschluss, bitte Abschluss, bitte Abschluss, genau. Nochmal. Wieder ein Aufsicht. Ja. Komm. Nochmal. Sehr stark. Nochmal. Auf der Zinebach. Ab und zu mal ein kurzer Auslagenwechsel bei Grazi. Versucht er, den Obers in die Falle zu locken. Der hat sich den Kappen sicher ein bisschen anders vorgestellt. Der Mann aus Haiti. Vier Weltmeister kamen bislang aus Haiti. Joachim Alcine, 2007 WBA Superweltergewichtschampion. Dann Jean Pascal, 2009 bis 2011 WBC Halbschwer. Und 2019 nochmal WBO Halbschwer-Weltmeisterboxen. Am 16. März gegen Michael Eifert. Will er nochmal angreifen auf den Weltmeistertitel. Adonis Stevenson von 2013 bis 2018 war er WBC-Weltmeister im Halbschwergewicht. Und dann Adonis. Mann im Schwergewicht. Bermann-Sturvain 2014. Mal ganz kurz WBC-Weltmeister-Schwergewicht gegen Chris Areola. Wo dort den Titel dann allerdings an Dionte Wilder. Ihr seid ja nicht mehr so richtig auf die Beine gekommen. Ja, ausgeglichene Sache. Zwei Runden hat er jetzt noch. Der Opa ist da ein bisschen was zu tun. Für die Punkte-Zettel. Steht nach wie vor zu weit weg. Viele Schläge verpuffen da, bevor wir bei Grazi ankommen. So, der Routerbisten da mit seiner Führungshand. Und Bums macht es wieder die rechte drin. An der Oberste kann froh sein, dass der Grazi jetzt auch nicht über den Wahnsinnshammer verfügt. Dann hat er die linke Schlaghand gebrachen. Da muss er halt mal nachsetzen. Und dorthin sind der andere wieder weg. Also wenn es ihm nicht gelingt, den Grazi da irgendwann mal an den Seilen zu stellen und zu bearbeiten, dann wird es ja eine ganz, ganz knappe Angelegenheit für Obers. Körpertreffer. Alles, alles andere als ein Selbstläufer für den 28-Jährigen aus Leverkusen. Bums, die rechte. Da muss er aufpassen. Voll durchgekommen, der Grazi. Das spürt jetzt natürlich. Da kommt mir nicht zurecht, Herr Oberst. Immer gut trainiert. Grazi. Verlor zuletzt in Karlsruhe gegen Remigius Siska. Er ist in Polen geworden, lebt heute in Bayerischen Weißenburg. Bislang vier Kämpfe bestritten, alle vier gewonnen. Und in Darmstadt vorzeitig hat er verloren. Eine Runde fünf gegen Sierkei Köhmer aus Hanau. Großes Talent, sagt man ihm nach. Da waren wir vorzeitig unten, der Grazi. Aber heute macht er es hier wieder gut. Er muss einfach mehr Druck machen, Dave Oberst. Sonst wird das hier nichts. Man darf natürlich auch nicht vergessen, der arbeitet nebenher. Und nicht nebenher, der Box nebenher und arbeitet, um sein Geld zu verdienen. Hier die rechte von Grazi. Und dann mal die linke Schlaghand von Oberst. Die kommt natürlich viel zu selten an. So, eine Runde noch. Die muss er gewinnen, auf alle Fälle. So, sechs und letzte Runde. In diesem Auftaktkampf der No-Limit-Fight-Night hier in Leverkusen. Der Oßmann-Halle, Arena. Schön hier. Diese Ambiente für einen Boxabend. Jetzt macht er mal ein bisschen mehr Druck. Ja, so ein Ding müsste halt mal kommen. Ja. So ein Ding müsste halt mal kommen. Das Auge hat er, der O-Bass. Und da fängst du dich ja die rechte wieder, weil die Deckung hängt. Das ist ein Problem. Das ist jetzt einfach hier viel entschlossener zur Sache gehen. Aber ist natürlich schwierig, den zu stellen, da den Burschen aus Rumänien. Weil der immer noch gut auf dem Wein unterwegs ist. Gute Konditionen hat. Gar nicht nachlässt. Noch 40 Sekunden. Und da tut sich immer noch nicht so viel dabei. O-Bass. Also der hat ja mehr gemacht, was den Kampf angeht. Weil der offensivere Boxer. Letzteren Streffer. Bei Grazi. Ja, ein bisschen tief. Genau. Aber nicht so dramatisch, dass irgendwas groß wehtun würde. Und dann fängt er wieder routiniert ab. Und die Runde ist gleich rum. Da kommt noch mal eine Aktion setzen. Haut er vorbei. Und Grazi auch. Und jetzt ist der Kampf rum. Ja, interessantes Geseck. Zwischen den beiden. Und ich bin mal gespannt, wie die Punktrichter sich hier entscheiden werden. Also kann man gut unentschieden gehen in den Kampf. Hier noch mal ein paar Zeitlupen. Ja, dann warten wir mal ab, was Ingo Rohrbach uns hier gleich verkünden wird. Der Ringsprecher. Und er hat mal wieder bewiesen, dass er ein guter Boxer ist. Der Grazi. Er hat ja immer liefert. Und wie gesagt, ganz schwer in K.O. zu schlagen. Der Serkal Köhmert aus Hanau hat es geschafft. Vor allem noch zwei andere und das war es dann. Ansonsten ist man mit allen über die Runden gegangen. Und hat einige geärgert. Und auch ein paar Kämpfe waren dabei, die man ihm durchaus auch hätte geben können. Aber Bekim Okshai hat ja vorhin noch eingewerkt, er legt Wert auf Kämpfe auf Augenhöhe. Er holt kein Fallobst. Das hat sich hier schon mal in dem ersten Kampf bewahrheitet. Immer mit die größte Arbeit, die mit Boxer-Schuhen auszuziehen. Der Grazi hat es geschafft. Der Opas ist da immer noch zu Gange. Und heute noch mal einen großen Applaus für beide Fighter. Let's go to the Sporkers. Das ist der spezielle Vorteil. Andreas Schweiger werden in den Kampf 59 zu 55. Die Lauten werden in den Kampf 57 zu 57. Und der Aufstungskuritsch werden in den Kampf 59 zu 55. Und damit haben wir einen Gewinner. Und es wird Zeit sein. Wir werden einen gewinnerlichen Gewinner. Bitte wählen Sie die Entscheidung von Leverkusen. Von Patrick. Und Juni. Ja, 59, 55 zweimal, finde ich ein bisschen arg hoch, ehrlich gesagt. Und da eher bei der Wertung von Daniela Otten mit dem Unentschieden. Aber okay, er hat den dritten Kampf gewonnen. Er soll sich hier mal das Video anschauen, da wird er einiges erkennen, was er natürlich verbessern kann. Warum hast du ganz zufrieden? Ich habe nicht, dass der Kleider schon gefristet. Nicht so ganz zufrieden, aber ich habe es nicht gesehen, dass es eine gewöhnliche Kraft nimmt. Und als er sich aus der Regel auch auf Dose, er sei gesegnet, dann zu vielen bin ich ganz wichtig. Warum? Warum? Wurde zwei Rundenkette, bevor dem Gegner nicht das sagen, nein, er hat zu viel Ruhe und war ein gewaltiger Kraft. Ich war dem Mann, wenn du uns mein Bestes, aber er hat alles verbraucht, wenn er uns ein Gäste schenkt, dass er das in der Gegner machen wird. Ein Wort zu Gegner, aber auch ein starker Gegner, wenn du geboxt hast, obwohl du erkältet warst. Er war stark, also der Mann, Börschen war, also der hatte ein Mike Tyson-Steam und ich war schon so fixbar als Boxer. Aber trotzdem, also ich bin schon mal alles gut an seinem Team und ich bedanke mich natürlich an meinem Trainerteam und mein ganzes neue Limit. Danke auf jeden Fall. Wie sieht die Matrix aus, wenn sie richtig fit ist? Das sieht es ganz anders aus. Ich habe nur ein paar Skates rausgebracht, aber ich wollte mich nicht rausbringen. Wie noch nicht, bin ich eigentlich schon erkältet, seit zwei Wochen, aber wenn man sich den Sport ausgesucht hat, dann muss man auch ran, wenn es mal schlecht läuft. Trotzdem. Herzlichen Glückwunsch und einen großen Applaus für Dave Junior Obas!